Wie funktioniert der Hebel? Der hier. Vorwärts ist Gas geben, aber ich habe hier einen Knopf. Wenn ich den drücke und vorwärts Gas gebe, mache ich Gegenschub. Deswegen warst du wahrscheinlich gerade verwirrt, warum ich beim Landen Vollgas gegeben habe. Ich habe aber Vollgas Gegenschub gegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017